Nach eigenem Anspruch ist Ford ja immer eine Idee voraus. Ich habe die große Ehre und das Vergnügen, jetzt mit Gunnar Herrmann, dem Ford-Deutschland-Chef, sprechen zu können. Herr Herrmann, Sie haben hier zur IAA einige Innovationen mitgebracht, die in Richtung New Age und auch Oldschool gehen. Erzählen Sie doch mal was darüber. Wir haben Anfang des Jahres ja angekündigt, dass wir vom Automobilhersteller zum Automobilhersteller und Mobilitätsdienstleister transformieren wollen. Und wir haben Fahrräder gelauncht. Also eine Idee voraus für den Autohersteller. Die Idee Fahrräder fließt in unser Bike-Sharing-System ein oder Bike-Sharing, Carsharing, also Mobilität im weiteren Sinne. Und wir haben jetzt im regionalen Raum als Pilot Köln-Düsseldorf tatsächlich in ein Mobilitätskonzept gebettelt, wo wir öffentlichen Nahverkehr mit Carsharing und den letzten Kilometer eben Bike-Sharing verbinden. Und ich denke, das ist ein Pilot für Deutschland, wenn man so will. Eine Idee voraus, weil wir wirklich sagen, Mobilität muss auch gelebt und erfahren werden. Und wir bieten die Möglichkeit. Okay. Trotz aller Innovationen, so ganz nebenbei, baut Ford ja nach wie vor banale Autos, Oldschool-Autos. Sie haben jetzt dem Ford Mustang ein Facelift verpasst. Was hat sich da denn alles getan? Naja, also ich würde sagen, das ist sicherlich speziell das Modell, was wir hier hinter uns haben, ist Oldschool. Ein Sauger, 8-Zylinder, 5-Zylinder, das schlagen sehr wahrscheinlich viele Herzen höher. Und dann noch in Kombination mit New Technology, 10-Gang-Getriebe, Automatik-Getriebe, das ist schon ziemlich cool. Jetzt habe ich gehört, dass der Ford-Chef selbst nicht nur dieses Auto hat bauen lassen sozusagen, sondern auch schon selbst am Steuer sitzen konnte und ausgiebig Test fahren. Wie fühlt sich der neue Mustang denn an? Also ich glaube, ich habe das bei dem Dinner erwähnt, weil ich wirklich die Gelegenheit hatte, bei uns auf der Teststrecke die Grenzen von dem Auto auszuprobieren. Und ich habe glaube auch gesagt, dass Achterbahnfahren langweilig ist, weil sie sitzen wirklich fast schreiend hinter dem Lenkrad und sagen, das kann nicht sein. Das Auto ist wirklich gut, Fahrwerk ist überarbeitet, korrigiert jetzt vieles, was das bisherige Modell an Schwächen zeigt, von Attraktion, Leistungsübertragung. Aus den Kurven lässt sich das Auto jetzt etwas brutaler rausbeschleunigen, aber man fühlt sich sicher, es ist schon eine Ikone, es bleibt eine Ikone und ich denke, unser Ziel hier am meistverkaufter Sportwagen zu bleiben über einen längeren Zeitraum, das können wir sicherlich aufrechterhalten. Das klingt äußerst beruhigend, Ford setzt weiter also auf die gute alte Fahrkultur Power aus Benzin heraus. Trotzdem ist man innovativ. Inwiefern darf ich mich denn auf Ford-Fahrspaß in den nächsten Jahren der elektrischen Art oder der elektrifizierten Art freuen? Also unser Entwicklungsportfolio erstreckt sich auf Elektrifizierung. Bis 2020 wird ca. 40% unseres Volumens elektrifiziert sein. Das schließt natürlich MyHybrids, Hybrids, Plug-in-Hybriden, sogar auf der Light Commercial Seite, also Transit, den rein elektro-batteriegetriebenen Fahrzeug voraus. Und dann 2020 final unser erster Sports Crossover SUV, Full Electric. Ich denke, damit werden wir sicherlich auch unsere Markenzeichen Driving Dynamics unterstreichen können, auch wenn es dann sehr ökonomisch zugeht. Das stimmt alles optimistisch, mich sorgt allerdings ein Gedanke. Ich hoffe ganz einfach inständig, dass ich möglichst bald den Mustang auffahren kann. Das stimmt alles optimistisch!